war ganz kurz dunkel, aber geht gleich weiter, ja, jetzt wollen wir mal kurz den Stream aus, weil, das ist richtig, richtig, ähm, wer ist das denn jetzt wieder, ah, alter, was machst du denn jetzt wieder hier, ach, du wartest jetzt, du willst jetzt einen vollen Dino haben, wa, jetzt wo ich wieder, ich dachte, ich könnte da was abholen, jetzt wo ich, jetzt macht er hier einen Fabrikator, ja, das ist, äh, das weiß ich doch nicht, die ganze Zeit warte ich immer, dass mal hier irgendjemand angeht, gekrochen können, was, ja, ne, wie lange habe ich noch vor uns gewartet, und jetzt auf einmal steht er da, ja, da ist nix, ja, Entschuldigung, ich hab gedacht, das geht jetzt so weiter, ja, dann sagst du was, dann mach ich auch weiter, das ist mein Fehler, dass ich mich geert habe, entschuldige bitte, ich möchte dich nicht unterdurchsetzen, du kannst ja auch was sagen, dass ich weitermachen soll, Mann, Entschuldigung, ich dachte, dass das, äh, dass dir das, klar, wäre so von sich aus, aber wenn du in der Gegend rumstehst und im Stehko beim Schlafen zuguckst, dann, äh, merke ich mir das für die Zukunft, okay, das war ein Argument, hat einer irgendwie Prime Meat oder sowas? äh, Satz und, nein, was sind das für komische Bäume, da hulich einmal drauf und die Dinger fallen um, was ist denn das? ich habe jetzt einfach alles, wir haben noch nicht mal Miet, gespeichert den Prime, es war ein Witz, meine Fresse, mein Gott, nochmal, was sault mir noch alles, ich mache mir alles kaputt, ja, ja, aber wenn du hier aber tausendmal hin und her reißt, dann kannst du auch mal meine Rüstung mitnehmen und die reparieren, oder? ja, lieber Yannick, ja, kann ich machen, also, wenn du die in den Dino reinlegst, ach, ich muss die in den Dino reinlegen, ja, dann tust du drüben ins Lager und dann, ja, dann lege ich die mal ins Dino, äh, in den Dino rein, oder, äh, zack und zack und, dann sag mir doch sowas mal vorher, ach, Mensch, ich merke, wir müssen noch an der Kommunikation arbeiten, ja, wenn nix gesagt wird, ist keine Kommunikation da, verstehst du, dann, äh, das ist schon mein erster Verbesserungsvorschlag, das kommt aber, das muss aber von eurer Seite ausgehen, nicht von meiner, der eine sagt, ich brauche das, der andere sagt, ich brauche das, das versuche ich zu farmen, ja, und wenn dann keiner mehr was sagt, ich möchte mal, dass du kurz stehen bleibst, damit ich auf einen Rand dazugreifen kann, das wird auch noch frech, Besten Dank, ich habe noch mehr drin, komm, nimm's, oder ist dein Vogel zu schwach, nein, da passt noch ordentlich was rein, oh, ich habe, äh, Hunger, super, also, wenn du das nächste Mal wiederkommst, kannst du vielleicht ein bisschen Fleisch mitbringen, haben wir noch was in den Kühlschrank, ich glaube, da ist noch was, ich habe da vor uns was reingesteckt, äh, Fleisch hätte ich im Vogel drin, ach so, gebraten das, ey, nee, ich kann auch hier braten, ist kein Problem, wenn du Fleisch hast, hast du hier schon Feuer? Ja, natürlich, habt ihr das nicht mitbekommen, oder was? Alter, bist doch gleich fertig, jetzt ist doch Männer, jetzt, wenn man fertig ist, kommt er hier ran, jetzt kommt er, hau ab, geh weg, das ist meiner, geh weg, kann sich ja behalten, ja, ja, von wegen, und dann sagt er wieder, hier ist meiner oder so ein Scheiß, ja, ja, geh weg, hau einfach ab, das ist, ich habe jetzt hier, du machst irgendwas, geh weg, geh weg an dem Ding, ich mache es auch nix, ja, von wegen, geh weg jetzt, soll ich ihn mitnehmen? ja, komm, ist ja unfair, sag ich mal nicht, komm, sag ich, hau ab, das ist ja, ich bin jetzt so stolz, hier drei Stunden dran gehangen haben, und das trotzdem gezählt zu haben, und jetzt kommt Möller schon wieder an die Nähe, ich guck doch nur, ja, ja, von wegen, ich kenne deinen gucken, ich kling wie deine Frau, das ist schon beschämend, finde ich nicht, sag mal hier, so, ein Baum, nehme ich noch mit, mein Gott, wackelt doch nicht so, Rizoradop, so, pass mal auf, ich werde, ich farbe jetzt den Dino voll, dann kommt keiner mehr, irgendwie so das Gefühl, wieso du brauchst noch nichts mehr? was, ich brauche nichts mehr, was ist das, ich habe gerade noch, ich habe gerade noch, ich habe gerade noch, einen Arschtritt bekommen, weil ich nichts mehr gefarmt habe, von wem? ich habe auch keine Ahnung, wer das sein könnte, ja, das wird selbstverständlich, ich habe gerade noch, das ist mal ein anderes für dich, ne? ja, kein Problem, ich muss hin, ich fahre einfach, ich würde mich jetzt fahren, mit einer, einer Kutikabären, äh, stopfen, und dann, ähm, fertig, geh mal ins Lager, da ist so viel schönes Holz, kannst du alles abholzen, gibt es zwar Ärger mit den anderen, aber mich lässt du mir die gesühne Ruhe, bist du immer noch da? Mann, Drake, kann doch auch so, gut zurückeln, sehr schön, guter Kommentar, ja, super, super, ich farme wie ein blöder, und nachher ist der liebe Janik, immer noch unzufrieden, ich weiß das ganz genau, ach Quatsch, ich bin sogar so zufrieden, dass ich dir eine Hose mitbringe, als Belohnung, eine Hose, meine eigene, was? genau, hast du wenigstens ausgewaschen, ich habe vor uns versehentlich eingepullert, habe sie geflickt, und habe sie mit Tal beschlagen, oder hast du einfach, oder hast du einfach mit, äh, äh, Sartjins Hose getauscht, äh, nein, liegt im Vogel drinnen, kannst du dir einfach ausnehmen, das ist toll, warte mal, wo ist der Vogel, ach so Vogel, warte mal, ich, äh, wäre cleverer gewesen, hättest du vielleicht einen Drake getan, weißt du, dann, na, aber egal, äh, ja, ich hab, ich, oh, ist das geil, ich hab wieder Klamotten, wieso hast du immer Fleisch dabei, was machst du immer? ähm, damit der immer was zu fressen hat, wenn der Ausdauer verbraucht, äh, und die wieder regeneriert, äh, geht der Hunger runter, damit der immer schön voll ist, falls ich mal überraschend in den Kampfgeraden, oder so, klingt irgendwie logisch, ich schätze sogar noch mehr, warte mal, ich schaute, ich schaute immer noch ein paar Rüstungsteile rein, äh, da bist du wieder weg, ja, ist egal, ich schaute sie trotzdem, ja, nein, ich komme, ich krieg grad, wie kann ich denn die Rüstungsteile da rein tun, weil irgendwie, wenn die nicht kaputt sind, kann ich die Rüstungsteile da nicht rein tun, rechts oben hast du die, bei dir ausgewählt, musst du von dir aus, das ist doch Müller, was nicht so, ja, hier, nimm noch Fleisch, musst du von dir aus erstmal, in deinem Inventar ausziehen, und dann kannst du sie, äh, in den, entsprechend sauriger Vogel, das auch immer rüber tun, okay, dann tue ich sie dir mal in deinen Vogel rein, äh, ja, da mal reparieren, da mal reparieren, da könntest du vielleicht auch mal reparieren, so, bitteschön, so, was wolltest du, bitte, nö, okay, jetzt, Bier, kann ich das Fleisch haben, ich hab hier, äh, genug, dankeschön, da, wo war das Feuer aus, das machen wir das ganze Fleisch kaputt hier, ähm, was haben wir jetzt, sagen wir mal, Sagen Müllers, komm, bleib, 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 ich will dich sammeln, da bleibt wirklich stehen, da bleibt wirklich, ich lebe dich, rekurung, dass ich mal fallen, nein, mach du nicht, das machst du nicht, nein, das machst du nicht auf, wo ist er, was kann ich für dich tun, würdest du mir mal, äh, die Seite, den Game für die, ähm, Kibbelgeschichte, was man, www.gamer.lp.de Ich bin wieder, äh, hast du das alles auf dem Kopf da, nee, aber ist ne gute Seite, äh, was, Schleichwerbung, nein, äh, was, ich glaube, du sollst dir meine Füße waschen, oh, ich hab so keinen Bock mehr, was, ich hab so keinen Bock mehr, diese Scheißheiten zu sammeln, Haid, ja, ach du Scheiße, warte mal, apropos, Haid ist ja auch noch der Dino da drin, dann muss ich mal gucken, ob der, ob der jetzt vielleicht irgendwie langsam aufwacht, weil ich hab jetzt schon ewig lang, das geht doch nicht. Ja, ich hab deine ganzen Narkotika-Bären rein, dann hast du, hast du ihn schnell fertig. Ich hab keine Narkotika-Bären weiter. Natürlich, die schwarzen. Nee, echt sind die schwarzen, ich weiß ganz genau, das ist jetzt erst nicht dein Ernst, da sagt mir gerade, ich weiß, dass die Narkotika-Bären sind, ich weiß, was Narkotika-Bären sind, ich weiß, äh, ich hab bloß keine mehr, das würde ich sagen, genau. Oh. Gesundheit. Danke. Du, Amkel? Ja, bitte. Äh, bei meinem, bei meiner Abteilung da, kannst du dieses Achtung, 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 separat stehen lassen, denn, und runter eine wichtige Durchsage, das sieht, glaube ich, besser aus. Was? Krasse Spiele. Deine Seite, Monokanal-Info. Hm? Das ist die Position von der, von der Schreibtische, das passt nicht so ganz. Ich sag noch, Ansprüche stellen. Ja, wenn du denn schon richtig? Ich hab, du hast immer eine Ahnung, was du überhaupt meinst? Hm, mach mal was. Das wäre, Alter. Ja. Äh, da, ich hätte Rüstung für dich. Ja. Das nicht ergältest, wenn du hier so halbnackt rumläufst. Ja, aber, 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 ich hab, ich hab, Rüstung ist so geil, die macht so schön warm. Äh, ich hab meine Figur gedreht, wie ein Euro. so, jetzt bin ich wieder der Onkel ausgerüstet, ohne Ende und jetzt, äh, äh, ja, Alter, wer ist jetzt grad vom Stuhl gefallen? bei alter, grad da, wo ich zähm jetzt hier, ist echt kein Baum und kein Stein mehr, weil ich hier alles wegfahre. ist grad eine riesengroße Schneise, die hier entsteht. Eine riesengroße Schneise, Mann, du hast ja wohl eine Meise. Mann, da war ja, das war ja gereimt, Nero. Hey, gell, ja, Nero, der kann. Wenn er will. Oh Mann, aber ich will's trotzdem was sagen, diese scheiß Äxte und so, die halten ganz schön viel aus. Wie oft ich jetzt hier schon auf den Stein rumhack, das ist schon der Wahnsinn. Vielen Dank für die Blume. Aber mir fällt, mir fällt grad ein, dass ich, äh, mal, äh, zum Stehgut zurück muss. Vielen Dank für die so schön. Ich geh mal schnell vorbei, mal gucken. Das wär nett. Dann kann ich hier einfach weiter fahren. Äh, wenn du einen Erfolg haben willst, dann beeil dich, der ist gleich durch. Da ist noch nicht mal mehr ein Pixel frei. mich lässt er die noch nicht vorwärtslaufen. Wo ist er denn? Ach ja. Oh, guck mal. Da ist nicht mal mehr ein Pixel. Der kam sogar gleichzeitig. Und, wie nennen wir? Komm, sagt mir, schreibt in den Chat, wie soll ich den Stehgut nennen? Komm, schnell. Schreibt, 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 schreibt. Schreibt. Also, schreib. Achso, ich wollte ja, ich weiß ja, wie ich ihn nennen. Genau, ich weiß, wie ich ihn nennen. Ich weiß, wie ich ihn ganz ruhig, braucht nix zu schreiben. Ich weiß, wie ich ihn nenne. Ich nenne ihn nämlich. So. Kann ich helfen? Nein, ich habe ihn schon benannt. Wenn der stirbt, na, da wisst du, das geht auf eurem Körper. Dödo, das war der Nexus. So. Da guckt euch einfach den Namen an, dann wisst du, warum. Was, warum ich das sage. Ich bin so ein Schleimer, das gibt's gar nicht. So, Alter, dass ich endlich mal von der Stelle hier weg kann, Wahnsinn. Übelste Schneise hier ohne Bäume und so. Ja, aber wir sind fertig. Du hast es geschafft. Warum schreibst du denn jetzt noch mal Hose? Ich verstehe das mit der Hose, nicht so ganz. So. Wir haben es fertig. Drei Dinos gezählt, Alter. Ich bin nicht. Ich freue mich so, dass ich auch mal was gemacht habe. Das ist cool. Warum ist eigentlich bei dem, warum ist eigentlich, warte mal. Warum? Warum ist bei meinem Name obendran so ein komischer Eiszapfen? Oder Mikrofon? Und der Atmen wüsst. Richtig. Und von der Gilde. Genau. Genau. Okay, alles klar. Genau. Oh, mein Bier ist ja noch halb voll. Halb voll und halb leer. Ach so. Alter. Warum greift mich jetzt mein eigener Steco an? Warum macht er das? Weil du ihn geschlagen hast. Ich habe gar nichts gemacht. Warum greift er mich jetzt an? Der greift mich gar nicht an. Alter. Ich dachte jetzt schon, was ist hier los? Alter. Scheiß Mückenvieh hier. Mann, ey. So. Der liebe Amsrock hat jetzt einen Dino. Mein größten Levelchen, den ich bis jetzt gezähmt habe, der heißt jetzt Amsrock. Du bist jetzt verewigt in dieses Spiel, außer wenn sie den natürlich killen, dann bist du halt weg. Kriegen wir hin. Weißt du, den killen? Ja. Echt leichter, das ist nicht separat. Lass einfach den Ongel ein bisschen drauf rumreißen. Aber obwohl, du brauchst doch einfach bloß den Nero drauf schwimmen zu lassen. Ja, ja, schon klar. Du bist doch ein Vorrang, ne, Kollege? Du hast doch nicht die aufgewissen. Was? Was? Ja. Was? Du bist doch ein Vorrang, ne? Weil du so schnell zurückkommst. Die sind definitiv nicht, die sind definitiv nicht ausgeteilt worden, aufgeteilt worden, oder? Ne, ich hab die alle in das Haupthaus reingepackt. Oder wo kommen die jetzt neuerdings hin? Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, wo die Wege hinkommen. Ach, jetzt hängt's wieder. Das Leften ist arg. Was? Echt? Och, ne. Ja, bei mir hat sich mal wieder das Spiel aufgehangen. Äh, zumindest, ich bin wieder rausgeklatscht worden. Ja, dann werde ich mal ganz kurz... Oh ja, ich akzeptiere natürlich den Time-Out und wir gehen gleich wieder rein. Naja, wenigstens passiert das nicht so oft. Nicht allzu oft, ne? Ja, bitte, Amsrock. Kein Problem. Äh, weißt du? Weißt du eigentlich, was ich jetzt so gerade so für Probleme sehe? Diese Arc-Aufnahmen, die ich jetzt gerade mache, die sind ja gar nicht 60 FPS. Ach, Mann, oh. Das war mega ärgerlich. Ich hab sowieso das Gefühl, dass ich gerade in das Arc wieder reingehe, um mich zu verabschieden. Also ich werde persönlich nicht nur allzu lange machen. Nee, ich auch nicht. Ich werde auch leider sagen, knackemüde. Ist ja auch schon ziemlich spät, muss man sagen. Ach, so. Hat einer noch irgendwie 300 Heiz? Ich habe gerade 1000 schwarz. Was, 1000 schwarz? Ja, schwarzer Bildschirm. Ach so. Lieber 1080 schwarz. Bitte nimmst du nicht die Rexenfarben von heute? Weil ich jetzt keine Lust mehr habe. Oh nein, ich komme nicht mehr ins Spiel. Oh nein. Komm schon, ich will kurz vorm Lager, ey. Wenn ich wenigstens, dass mir im Lager passiert wäre, hätte ich ja jetzt gerade nichts dagegen. Aber kurz vorm Lager da draußen liegen, wo die bösen, bösen, bösen Dinos sind. Was? Was? Obwohl, ich kann mir ja auch reinziehen, ne? Nee. Ja, ich komme nicht mehr rein, liebe Freunde. Dann nehme ich dich und die Dinos gerade und schleif dich irgendwo hin. Aber es geht, okay, es geht. Okay. Der Nero hat es befohlen. Wenn du sonst immer so gut auf den Nero hören würdest wie jetzt. Aber ich komme gerade wieder. Nee, ich komme nicht rein. Nee, ich habe keine Chance mehr. Ja, liebe Freunde. Es war, was soll ich wieder ein Let's Player machen? Nachmachen? Soll ich wieder ein Let's Player machen? Ja, lieber Ams Rock. Das hätte ich mal ungefähr zwei Stunden früher machen sollen. Nee, jetzt ist hier auch mal Schluss, glaube ich mal. Es war auf jeden Fall sehr cool. Es war jetzt zu der letzten, letzten paar Minütchen. Warum ist denn jetzt hier gerade nur 28 Minuten im Livestream? Ach so, im Livestream. War auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Ach, ist es wieder ein Mod zum Downloaden? Natürlich, natürlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, aus Rock. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im Let's Play. Jetzt kommen, wie gesagt, jetzt erst mal noch Parts vor diesen Livestream hier. Natürlich, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann kamen die Parts natürlich schon. Und es kommen morgen natürlich wieder coole neue Parts. Und da würde ich sagen, guckt ein Video beschreiben. Guckt auf unsere Homepage www.gamerschecklp.de Dort findet ihr auch die Kanäle von Nero, von Noxi, von Rewano, von Unterfreunde findet ihr von Odin, von Kamax und allen möglichen, die ich so kenne. Und schaut da auf jeden Fall auch drauf. Nero, ganz wichtig, mal unbedingt drauf gucken. Da macht er auch geniale Videos und ist auch neu dabei. Und ja, unterstützt ihn auf jeden Fall. Dass er mal ein bisschen, ne, ein paar Zuschauer hat, ein paar Views hat, ein paar Kommentare. Lasst Kommentare dort los und sowas. Also, ja, ja, äh, 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 der Nero hat es einfach verdient. Und, ja. Und, ja, und bald kommt auch ein Let's Play von uns beiden. Ich hoffe, ihr seid da genauso mit dabei, wie auch bei ARK. Da würde, das würde mich echt freuen. Das würde auch natürlich Nero freuen. Und, ja, da würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns von dem Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine lange Nacht und, ja, vielen Dank. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.